Tag Freunde des Bananeneis und willkommen auf dem Kanal Boosterbratwurst, den ihr auch sehr gerne abonnieren dürft. Das Bananeneis, nicht zu verwechseln mit dem Bananensplit, klassisch wie man ihn kennt. Eine der für mich Top 5 Eissorten, neben Pistazie, Schokolade, dieses Blaue, weil es immer einen Schwall Nostalgie bringt, und irgendetwas, was so Toffee-mäßig schmeckt. Die Basis des klassischen Bananensplits ist nämlich Vanilleeis. Was sind eure Lieblings-Eissorten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also, Harald Lesch hat ein neues Werk für Leschs Kosmos für Terra-X produziert. Und er will uns hier darüber aufklären, wie heiß zu heiß ist. Und glaubt ihr, uns erwartet jetzt die volle Ladung Panik und wie düster alles aussieht und am Ende wird bestimmt sowas kommen wie Es gibt aber noch Hoffnung, noch ist es nicht zu spät, aber wir müssen jetzt handeln. Ich bin gespannt, ob sich diese Prognose bewahrheitet. Ich sehe es nämlich tatsächlich jetzt auch weiter als bis zu der Stelle, wo es sich das Bananeneis holt und den Laden verlässt, ohne zu bezahlen. Als jemand der Leute in der Familie hat, die damals schon zum Anfang der 2000er auf dem Bau gearbeitet haben, kann ich sagen, dass die Temperaturen damals nicht viel besser waren. Besonders, wenn wir uns an die Hitzewelle 2003 zurückdenken. Sonne und schwarzer Asphalt ist eine Kombination, die immer zu Hitze führt. Also eine perfekte Repräsentation der Wetterverhältnisse. Oh ja, Gesundheitsrisiko-Klami-Krise. Also wir haben den Sprachgebrauch der Krise somit vollständig etabliert, ja? Wer hat das denn schon wieder festgelegt? Also demokratisch wurde das, glaube ich, nicht bestimmt. Zumindest wurde ich nicht gefragt oder zu irgendeiner Wahl eingeladen, so wie kein anderer von euch, denke ich mal. Wenn ihr hier wirklich an eine Krise glaubt, Harald, warum seid ihr dann nicht an die Decke gegangen, als es hieß, dass der größte Treibhausgasproduzent China bei den absurden westlichen Klami-Veränderungsstrategien nicht mitzieht. China ist mit über 30% der größte Emitter von CO2. Wenn die Politik Chinas sagt, dass es auf Wirtschaftswachstum setzt anstatt auf Klami-Schutz, dann ist ja alles vorbei. Aber als die USA damals aus dem Pariser Klami-Abkommen ausgestiegen sind, dann habt ihr die große Welle geritten, um zu zeigen, was für ein Weltenzerstörer doch der böse Trump ist. Die USA ist mit etwa 13% der zweitgrößte Emitter und liegt weit unter der Hälfte von dem, was China imitiert. Also wir reden hier über Verhältnisse und ein Paket der Panik und falschen Relationen, was hier geschnürt wird. Stattdessen lesen und hören wir ständig, dass Deutschland bis 2030 80% der Energie aus Erneuerbaren beziehen will. Stand jetzt liegen wir bei 44% gemäß Bundesamt für Klami und Wirtschaft, wovon knapp 22% aus Windenergie kommen und etwa 11% aus Photovoltaik. Den Rest vernachlässige ich jetzt einfach mal, weil er nicht genug gefördert wird oder einfach nicht genug präsent ist, um diese Krise zu überleben. In dem Video Ist grün wirklich grün haben wir zusammen gerechnet, wie ineffizient Windkraftanlagen im Vergleich zu der Verbrennung von Braunkohle sind. Wie ineffizient erneuerbare Energien tatsächlich sind, haben wir bereits auf meinem Kanal hier in der Schlacht um Lützerath gesehen. Der Tagebau hat eine Fläche von 31 Quadratkilometer und fördert jährlich 25 Millionen Tonnen Braunkohle. Und das ist wichtig, dass wir uns das merken, wenn ich im Weiteren nur noch von Kohle rede, denn Braunkohle ist nicht gerade die Ressource mit der höchsten Energiedichte. Die liegt nämlich bei ca. 4 Kilo Joule pro Kilogramm. Vergleichsweise ist Steinkohle doppelt so effizient. Und Effizienz ist das richtige Stichwort hier. Wie viel Energie bekommen wir denn in einem idealen Modell, in einer Berechnung, ohne Transport und ohne den Abbau selbst? Damit liegen wir bei ca. 125.000 Gigawattstunden Strom. Wenn wir jetzt diese Fläche, die 31 Quadratkilometer mit Windrädern vollstellen und diese sogar noch in einem verringerten Mindestabstand von 500 Metern zueinander positionieren und annehmen, dass ein Windrad im Durchschnitt 15 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr bringt, dann kommen wir auf 2160 Gigawattstunden pro Jahr. Das sind 1,73% der Energie, die an reiner Braunkohle daraus geholt wird. Die Grünen reden hier von 80% der Energie für unseren Strombedarf soll aus erneuerbaren Energiequellen produziert werden. Die Windräder müssten 58 Jahre permanent laufen, um die Energie, die aus einem Jahr Braunkohle gemacht wird, reinzuholen. Wir rechnen das jetzt einfach mal gegen und wollen herausfinden, was für eine Fläche nur mit Windrädern in einem verringerten Mindestabstand von 500 Metern besetzt werden müsste, um diese Menge an Energie in einem Jahr mit Windrädern zu erzeugen. Wir bleiben bei den 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und heilen die 125 Gigawattstunden durch 15 Millionen Kilowattstunden und kommen auf gerundet 8.334 Windräder. So viele Windräder produzieren im Jahr die gleiche Energie wie ein Jahr Kohleabbau. Wir quadratisieren jetzt die Fläche aus Einfachheitsgründen und ziehen die Wurzel aus 8.334 Windrädern und haben also pro Kantenlänge abgerundet 91 Windräder stehen. Mit unserem verringerten Mindestabstand von 500 Metern kommen wir also auf 45,5 Kilometer Seitenlänge. Also würde das Windräderfeld eine Fläche von über 2.000 Quadratkilometern einnehmen. Ihr U*****, Alter. Das ist fünfmal so groß wie Köln und doppelt so groß wie Berlin. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle, Alter? Stellt euch vor, dass man 80% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gewinnen will, wenn schon die Fläche von fünfmal Köln benötigt wird und nur einen Bruchteil der 20% Stromgewinnung von Braunkohle zu substituieren. Mal eine Frage an die Experten da draußen. Zählt der aus Frankreich importierter Atomstrom dann auch mit in die Statistik zu den erneuerbaren Energien oder will man die Statistik dahingehend manipulieren, dass man den größten Teil des Stroms importiert und dann der Strom, der noch hier produziert wird, dementsprechend aus regenerativen Energiequellen bezieht? Haltet euch das vor Augen, wenn jetzt wieder erzählt wird, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen. Also los, Harald, gönn dir dein Bananeneis und beriesel uns mit deiner Opa-Attitüde und deinen beschwichtigenden Ansichten. Der Sommer, das ist doch die schönste Jahreszeit. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist warm, selbst nachts. Wir sind an der frischen Luft, wir sind draußen. Die Schule macht für sechs Wochen Ferien, Sport und Spiel am Wasser und in den Bergen. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ich hätte gern, ähm, Banane. So war das mit dem Sommer. Bis jetzt. Und jetzt, jetzt ändert er sich. Ach, der Sommer. Der alte Onkel Harald erzählt uns einen Schwall aus seiner Jugend. Was soll das bedeuten, der Sommer hat sich geändert? Ändert sich der Sommer oder haben wir uns dahingehend verändert, dass wir durchdrehen, wenn es mal im Sommer über 30 Grad sind? Das, was wir Normalen vor ein paar Jahren noch als einen schönen Sommer bezeichnet haben, bezeichnen wir jetzt als Hitzesommer, der Leute umbringt. Wie hat sich das so rasant schnell entwickelt? Es reicht schon für moderne Meteorologen und Experten, dass wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 28 Grad haben, dann sprechen wir von einer Hitzewelle. Das ist kein Scheiß, Alter. Das ist absurd. Wir sprechen im Umkehrschluss im Winter auch nicht von einer Eiszeit, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Temperaturen unter 0 Grad sind. Man würde euch für verrückt erklären, wenn ihr Leuten klar machen wollt, dass wir uns einer Eiszeit nähern, wenn es im Januar mal an mehreren Tagen hintereinander friert. Also nein, nicht der Sommer hat sich geändert, sondern die Wahrnehmung und vor allem die Intention, wie dieser wahrgenommen werden soll. Also Harald, was hat sich nach dir an dem Sommer verändert? Die Sonne, die scheint nicht mehr einfach nur, sie brennt förmlich. Das ist ein Witz, oder? Die Sonne macht das, was sie seit Jahrtausenden schon macht, strahlen, mal stark, mal weniger stark. Und aktuell ist es ein Hoch, wie damals zur mittelalterlichen Wärmeperiode. Und danach kam die kleine Eiszeit, die offiziell auch erst vor 170 Jahren endete, was im Übrigen auf einer erdgeschichtlichen Timeline nichts ist. Und um das Ganze hier mal zu erklären, wie Harald Lesch es tun würde. Und diese Eiszeit dauerte ganze 500 Jahre an. Och, das ist eine ganz schön lange Zeit. Allerdings gab es zu dieser Zeit die mittelalterliche Klimaanomalie. Och, zur Erklärung, eine Anomalie ist natürlich ein Zustand, der von der üblichen Struktur abweicht. Und in diesem Fall war es das Klami. Och, und diese Periode dauerte ebenfalls gute 400 bis 500 Jahre. Man könnte fast meinen, dass diese Klami-Schwankungen ein zyklisches Ereignis darstellen. Ich meine, es ist so ein zyklisches Verhalten, wie das, was Patrick an der Glühbirne veranstaltet. Es ist bemerkenswert, dass das Klami derartige Schwankungen und derartige Extreme aufgewiesen hat, obwohl es zu der Zeit keine menschengemachten CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalente gab. Trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, dass es mir schon klar ist, wie der Treibhauseffekt funktioniert. Nur ist es allerdings nicht so stark, wie es uns die Medien weismachen wollen. Messbare Temperaturerhöhungen können unmöglich nur auf diesen einen Faktor zurückgeführt werden. Und es kann nicht völlig ignoriert werden, dass Temperaturschwankungen, beziehungsweise in diesem Fall Klami-Schwankungen, eine Naturgegebenheit sind, die sich seit Jahrtausenden bereits zyklisch wiederholt. Harald Lesch sagt vielleicht in diesem Video Panik. Aber ich sage, kein Grund zur Panik. Ich meine, was wollt ihr machen? Dass Klami beeinflussen und beherrschen? So wie ein Lauterbach es damals sagte? Dazu kommen wir später noch. Dankeschön. Der Klimawandel bringt immer mehr Hitze. Und die kann uns krank machen. Der Klami-Wandel bringt Hitze. Ja, okay. Absolut, wenn man berücksichtigt, dass wir gerade aus einer Kälteperiode kommen und in eine Wärmeperiode steuern. So wie es die Leute im Mittelalter erlebt haben und davor auch schon die Römer und davor Dutzende andere Völker. Ob er uns krank macht, das wage ich zu bezweifeln, denn so ein Wandel, so eine Periode dauert im Schnitt 500 Jahre. Da sind thermale Schwankungen integriert, die sich Wetter nennen. Also Klami ist eine langfristige Wandlung der äußeren Begebenheiten und das Wetter eine kurzfristige Änderung. Und diese Schwankungen des Wetters, die können sich auf den Kreislauf auswirken. Auch wenn es regionale Unterschiede bei den Temperaturen gibt, ein Trend ist unübersehbar. Exakt, mein Lieber. Hier, sind der Trend und die Periodizität in die andere Richtung für dich auch relevant? Nein? Okay, dann muss es wohl ein völlig neuartiges Problem sein. Seit Jahrzehnten steigen die Tage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius in Deutschland an. Besonders seit den 1990er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Schon allein in den vergangenen zwölf Jahren gab es 143 Hitzetage. Sieh an, ein Naturphänomen, das sogar mit Messungen beobachtet werden kann. Wissenschaft ist so faszinierend. Okay, für Harald scheint die Vergangenheit offenbar nicht existent zu sein. Aber genau da sollten wir hinschauen, um zu erfahren, was auf uns zukommt. Es gibt Bücher, da wird über die mittelalterliche Wärmezeit und die kleine Eiszeit berichtet. Wie haben diese Leute mit ihren eher primitiven Mitteln diese extremen Bedingungen in den Peak überleben können? So etwas sollte hinterfragt werden. Stattdessen ist das, was gemacht wird, den Trend auf einen Emissionsbogeement zu schieben, den wir lokal in Deutschland mit unter 1,8% am Emissionsweltanteil, Tendenz stark sinkend, niemals aufhalten könnten, wenn er existiert. Denn die USA und vor allem China decken zu zweit schon knapp die Hälfte der Emissionen ab. Stattdessen versucht man, ein Industrieland wie Deutschland mit radikalsten Maßnahmen unterhalb eines bestimmten Wertes von Emissionen zu bringen. Baerbock tourt in Kenia rum und findet, dass Kenia das Vorbild ist. Wegen einem Anteil aus erneuerbaren Energien von 90%. Und wieder einmal wird hier das Offensichtliche ignoriert. Kenia ist ein Agrarland. Ein Land, das keine Industrie besitzt. Ein Land, in dem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei 2200 US-Dollar liegt. In Deutschland liegt es bei knapp 50.000 US-Dollar. 100% aus erneuerbaren Energieressourcen und ein weltweit führendes Industrieland zu sein, ist eine Unschärferelation. Die Booster-Bratwurst-Unschärferelation. Entweder du hast einen hohen Anteil aus erneuerbaren Energien und dein Land ist arm wie sonst was, oder der Anteil der erneuerbaren Energiequellen sinkt und dafür steigt die Industrie und damit der Wohlstand. Denn du kannst keine Industrie mit Strom und Windkraft betreiben. Dafür sind diese Energieressourcen viel zu ineffizient. Wir haben hier die CO2-Emissionen aufgetragen gegen das Bruttoinlandsprodukt verschiedener Staaten. Deutschland finden wir oben rechts. Hohes BIP, hohe Emissionen. Also etwa 1,8% am Weltanteil. Und wo ist Kenia? Linksmittig. Wo sind all die anderen Länder, die wenig CO2-Emissionen haben? Richtig. Das sind alles dritte Weltländer und haben dementsprechend ein geringes Bruttoinlandsprodukt. Es ist eine Utopie zu glauben und ist den Leuten so zu verkaufen, dass man beides haben könnte. Was passiert denn, wenn man Deutschland emissionstechnisch durch politische Entscheidungen zu einem dritten Weltland machen will? Es wird de facto zu einem dritten Weltland. Nicht umsonst planen Unternehmen wie BASF Deutschland wegen der absurden Energiekosten Richtung China zu verlassen. Der Körper muss die Temperatur in seinem Innern bei konstant etwa 37 Grad Celsius halten. Steigt die Temperatur, schlägt das Thermostat im Gehirn, der Hypothalamus, Alarm. Die Blutgefäße weiten sich und vergrößern so ihre Oberfläche, um möglichst viel Wärme abgeben zu können. Die inneren Organe werden mit weniger Blut versorgt. Kühlt das den Körper nicht auf 37 Grad, schaltet der Hypothalamus den effektivsten Kühlmechanismus ein, das Schwitzen. Flüssigkeit aus dem Blut wird über Schweißdrüsen und Hautporen abgesondert, Verdunstungskälte entsteht. Digger, hat der Alt uns gerade erklärt, dass Schwitzen ein normaler Prozess des Körpers ist? Ich habe selten so viel Dramatik bei der Erklärung des körpereigenen Kühlmechanismus gesehen. Also macht euch mal nicht lächerlich. Wart ihr schon mal in der Sauna? Habt ihr schon mal Sport gemacht? Habt ihr vielleicht schon mal Sport im Sommer gemacht? Ihr werdet es in der Regel überlebt haben. Ich bin überrascht. Menschen mit einem Kreislaufproblem können bei diesen Hitzeperioden Schwierigkeiten bekommen. Da gehe ich mit. Wie gesagt, das Wetter kann sich auf den Kreislauf auswirken. Das kennen wir alle. Jetzt muss natürlich eine Korrelation zwischen eben diesen Fällen, also zum Beispiel Herzinfarkten und erhöhte Temperaturen hergestellt werden. Am Helmholtz-Zentrum in München will die Epidemiologin Dr. Alexandra Schneider das ändern. Das Problem, es gibt kaum aussagekräftige Daten. Deshalb vergleicht die Forscherin Werte von Wetterstationen mit der Anzahl von Herzinfarktpatientinnen und Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Krankendaten erhält sie aus dem sogenannten Augsburger Herzinfarktregister, eine Herz-Kreislauf-Studie, die Dr. Timo Schmitz leitet. Ich kann genau den gleichen Case aufmachen und er ist wahrscheinlich noch besser untersucht. Die Anzahl an fettleibigen Bürgern über 15 in Deutschland lag 2000 bei etwa 20% und im Jahr 2013 schon bei 24%. Laut Robert-Koch-Institut. Nach Selbstangaben aus dem Jahr 2019 und 20 sind in Deutschland 46,6% der Frauen und 60,5% der Männer von Übergewicht, einschließlich Adipositas, betroffen. Fast ein Fünftel der Erwachsenen, genau genommen 19%, weisen eine Adipositas auf. Mit höherem Alter steigen Übergewicht und Adipositas-Prävalenzen an. Besonders alte Menschen sind vom starken Übergewicht betroffen und diese sind auch von wetterbehafteten Schwankungen kreislaufmäßig schneller betroffen als jüngere Menschen. Also Harald, das Wetter können wir nicht ändern, wir können uns nur darauf einstellen, sowohl mit Wetterberichten als auch mit Daten aus der Vergangenheit. Was wir allerdings ändern können, ist unsere körperliche Gesundheit, damit man mit warmen Wetter besser zurechtkommt. Und dann tut es mir leid für Personen wie etwa die hier in der Y-Kollektiv-Doku, aber wenn du Probleme mit dem Wetter bekommst, dann liegt es nicht daran, dass dein Körper diese nicht regulieren könnte, du hast deinen Körper einfach nur kaputt gemacht. Aber um meinen Case hier mal abzuschließen, die Temperaturen erhöhen sich und die Herzinfarkte auch. Ja gut, die Korrelation ist da, allerdings auch bei den erhöhten Vorkommen von adipösen Leuten und der steigenden Anzahl an Herzinfarkten. Das ist ein Faktor, der sollte hier nicht vernachlässigt werden. Er wird aber zunächst einmal vernachlässigt. Ich meine, man könnte auch einfach sagen, die Korrelation besteht auch zwischen steigenden Temperaturen und einer steigenden Anzahl an adipösen Leuten. Dann wäre auch die Verbindung da, dass dicke Leute für den Klami-Wandel sorgen. Für einen akuten Herzinfarkt gibt es viele verschiedene Risikofaktoren. Extreme Temperaturen könnten eine entscheidende Rolle spielen. Extreme Temperaturen können eine entscheidende Rolle spielen. Um mich hier mal ganz wissenschaftsdienlich zu zeigen, äh, Harald, wie definiert ihr extrem? Wenn es das Bemessungskriterium mit den 28 Grad an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist, dann, wow, okay, wow, ihr seid übergeschnappt. Also bitte definier mir das Kriterium extrem. Sind Temperaturen in der Wüste von 50 Grad eine extreme Anomalie für eine derartige Klimazone? Nein. Sind 30 Grad bei ganz seltenen Tagen auch mal etwas mehr, wenn der Wind richtig steht, 35 Grad oder sowas, eine extreme Anomalie für Deutschland? Nein. Besonders nicht vor dem Hintergrund, dass wir in eine zyklische Wärmeperiode steuern. Aus unseren modernen Messmethoden kennen wir nur das Ende der kleinen Eiszeit und den Beginn dieser Periode seit 1850. Die Ergebnisse sind alarmierend. Seit dem Jahr 2000 treten immer mehr Herzinfarkte eindeutig in Verbindung mit erhöhten Temperaturen und Hitzetagen auf. Herzinfarkt durch Klimawandel? Äh, Herzinfarkt durch fehlende Quellenangabe? Nochmal, ich gehe mit mit der These, dass sich das Wetter auf den Kreislauf auswirkt. Und ich gehe auch mit der These mit, dass wir einen Klimawandel sehen. Das ist ein zyklisches Vorkommnis und absolut normal. Wo ich nicht mitgehe, ist die Interpretation des Wortes Klimawandel. Denn hier wird natürlich der menschengemachte Wandel gemeint. Und dieser Fakt, also die Korrelation zwischen ansteigenden Herzinfarkten und ansteigenden Temperaturen, beziehungsweise der Anzahl an Tagen, die über 30 Grad im Jahr sind, wird hier instrumentalisiert und Werbung für eine Klami-Krise gemacht, die letztlich einfach nur für Panik sorgt. Beispiel, was sagt der Alte nochmal? Seit dem Jahr 2000 treten immer mehr Herzinfarkte eindeutig in Verbindung mit erhöhten Temperaturen und Hitzetagen auf. Herzinfarkt durch Klimawandel? Seit dem Jahr 2000? Schauen wir mal in die entsprechende Studie rein. Temporal Variations in the Triggering of Myocardial Infraction by Air Temperature in Augsburg, Germany, 1987. Wir beachten zwei gleich große Zeitintervalle, bis 2000 und ab 2001. In der Tabelle 1, Summary Statistics of Myocardial Infraction Cases in Augsburg, Germany from 1987 to 2014, sehen wir eine Auflistung der Gesamtzahl an Fällen. Die liegt bei 27.310. In der ersten Intervallshälfte ab 87 bis 2000 haben wir ein Auftreten von 13.770 Fällen und in der zweiten Hälfte bis 2014 von 13.540 Fällen. Das Ganze wird jetzt versucht auf die Erhöhung der Temperaturen zu schieben. Ist ja auch eine easy Nummer, besonders wenn wir ab 2010 bis 2022 schon in 12 Jahren 143 Tage über 30 Grad hatten. Das Problem ist, dass weder die absolute Zahl gestiegen ist, im Gegenteil, sie ist um 230 Fälle gesunken. Und was noch blöder gelaufen ist, die Studie macht meinen Punkt. 73% der Fälle waren Männer. Okay, interessanter Fakt. Oh, aber was haben wir denn hier? Obesity. Also zu Deutsch, Fettleibigkeit. 15% der Fälle im ersten Zeitintervall bis 2000 und fast 27% der Fälle ab 2001. Harald, Alter, stark übergewichtige Leute können schwieriger mit den Wetterveränderungen umgehen. Das meinte ich ja eben, als ich sagte, dass mein Case wahrscheinlich besser untersucht ist, als der Case, der hier gerade in der Dokumentation versucht wird aufzubauen. Klammatische Veränderungen treten dermaßen langsam auf in einer Region, das ist unmöglich, diese zu spüren. Gegenteiliges ist natürlich, wenn wir von Frankfurt nach Recife in den Regenwald fliegen. Das kann uns umhauen. Und umso mehr Übergewicht wir mit uns rumtragen, umso schneller. Das gleiche gilt für Raucher. Das gleiche gilt für alle, die einen super ungesunden Lebensstil pflegen. Medizinisch lässt sich das so erklären. Durch das Schwitzen etwa gehen wichtige Mineralstoffe verloren, die bei der Regulierung der Nerven- und Muskelfunktion helfen. Durch den hohen Flüssigkeitsverlust wird das Blut zähflüssiger, das Herz muss stärker pumpen. Bei einem bereits bestehenden Herzproblem können diese Belastungen zu einem erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt führen. Wie wäre es denn mit der Empfehlung, Herzinfarkte vorzubeugen und das Risiko zu minimieren, indem man gelegentlich mal eine Cardioeinheit einbaut, sich gesund ernährt, nicht raucht und viel trinkt, damit das Blut weiterhin schön flüssig bleibt? Also das wäre der perfekte Moment gewesen, die Leute hier mal wieder aus dem Panikmodus rauszuholen. Denn ihr habt es in der Hand und könnt bestimmte Erkrankungsrisiken minimieren durch Sport und Ernährung. Hier steht die Forschung noch lange nicht am Ende. Auch könnten Risikofaktoren wie Diabetes oder erhöhte Blutfette durch extreme Hitze beeinflusst werden und einen Herzinfarkt begünstigen. Super! Erstmal eine nicht zu verifizierende Behauptung ausstellen, mit Zahlen aus einer nicht zitierten Studie untermauern und dann am Ende sagen, dass das nichts wert ist. Sorry, er sagte, man sei sich noch nicht sicher und benötigt mehr Forschung. Ich als Journal würde sagen, wenn das hier nicht interpretiert werden kann, warum das so ist, stattdessen einfach irgendeine nicht belegbare Behauptung aufgestellt wird, dann können wir das so nicht veröffentlichen. Das ist halt einfach, Harald erzählt uns unter dem Deckmantel der Wissenschaft etwas von der Sicht auf die Welt, die wir für uns adaptieren sollen. Zwischenfazit nach sechs Minuten, erste These aufgestellt, erste These verworfen, aber es könnte ja. Ja, genau. Wir springen jetzt ein bisschen in der Dokumentation, denn jetzt werden Abkühlungskonzepte in Paris und Singapur mit deutschen Vorkehrungsmaßnahmen verglichen. Und dann trifft sich Harald mit einer Klami-Psychologin. Na, das verspricht schon gut zu werden. Frau Dohm, als Psychologin beschäftigen Sie sich professionell mit den Folgen des Klimawandels, also vor allen Dingen der Hitze, der globalen Erwärmung für unsere Psyche. Was hat denn die Hitze für Folgen für unsere Psyche? Hitze tut unserer Psyche nicht gut, in verschiedener Hinsicht. Also einerseits wissen wir, dass die Aggressivität zunimmt, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt, dass es auch mehr Straftaten gibt, bei den heißen Tagen. Ja, von wem werden die Straftaten denn ausgeübt, Frau Dohm? Boah, wie ich mad werde, wenn immer nur auf der Oberfläche rumgekratzt wird. Seit wann brauchen wir denn im Freibad, wo sich Leute abkühlen wollen, Polizei, da es sonst dermaßen ausartet? Wir haben ja eben gesehen, heiße Tage gab es schon immer. Auch genug zwischen 1990 und 2009, wo es über 30 Grad war. Warum sind diese Ausschreitungen ein modernes Phänomen? Selbst die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin von 22 auf 23 wurden teilweise auf das ungewöhnlich warme Wetter für diese Jahreszeit geschoben. Deutsche rasten weder bei 18 Grad im Dezember noch bei 35 Grad im Juli in riesigen Gruppen aus. Frau Dohm, wie erklären Sie sich dieses moderne Vorkommnis? Das zweite ist, dass die Suizidalität zunimmt, also dass es mehr Suizide gibt in Hitzeperioden. Und das dritte ist, dass unsere Denkleistung nachlässt. Also das kann man ganz subjektiv nachempfinden. Unter Hitzeeinfluss denken wir nicht mehr so schnell. Junge, offenbar muss es unfassbar heiß gewesen sein, als man dieses Video aufgenommen hat. Wie können wir uns denn vor steigenden Temperaturen und den Auswirkungen auf den Körper schützen? Naja, wir brauchen einerseits ein größeres öffentliches Bewusstsein, dass es wirklich ein Problem ist und nicht nur Spaß und Badewetter, sondern dass insbesondere Risikogruppen sich schützen müssen, dass es Kühlmöglichkeiten gibt, dass wir darauf achten, dass zum Beispiel gerade Kinder und Ältere genug trinken. Das klingt trivial, ist es aber nicht. Ich weiß von meinen Kindern, wie schwierig das sein kann, die dazu zu kriegen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir Hitzeschutzkonzepte für die Kliniken brauchen. Und das dritte und im Grunde das Wichtigste ist, das Ganze macht alles keinen Sinn, wenn wir nicht gleichzeitig konsequenten Klimaschutz betreiben. Weil ansonsten doktern wir praktisch am Ergebnis eines Prozesses, der automatisch immer und immer schlimmer wird. Und exakt da liegt der Braten in der Soße. Was für eine treffende Formulierung. Wir doktern an einem Ergebnis eines Prozesses, der automatisch immer schlimmer wird. Und dieser Prozess, von dem wir reden, ist das hier. Die zyklische Schwankung klimatischer Bedingungen in Europa. Und daran können wir herumdoktern, bis uns die Lichter ausgehen, weil wir sämtliche Stromproduktionen eingestellt haben. Wir können Deutschland durch einen dichten Laubwald ersetzen. Es würde sich nichts ändern, weil wir nicht f***ing Gott spielen können. Diese klimatischen Veränderungen existierten bereits vor der Industrialisierung und damit vor der exzessiven Produktion von Treibhausgasen. Wenn das eure einzige Sorge ist, dass die Emission von Treibhausgasen der Übeltäter ist, dann müsstet ihr einen globalen Krieg gegen die USA und China führen. Denn in absoluten Zahlen sorgen die für knapp 50% der Emissionen. Die zerstören eure Welt. Also was labert ihr von, wir müssen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen? Also Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Absolut. Also hat Deutschland weniger als eine 1,8%ige Teilschuld an einem Klami-bedingten Herzinfarkt oder was ist die Schlussfolgerung? Kommt da dem Gesundheitssektor eine ganz besondere Rolle zu? Denn wovon sie da sprechen, das ist ja für die meisten von uns völlig ungewohnt, dass wir uns auf einmal mit dieser klimatischen Situation auseinandersetzen müssen. Um mir mal wieder die Gemüter etwas abzukühlen. Wisst ihr, was ich mich frage? Was wäre, wenn man den Zyklus von Wärme- und Kälteperiode zeitlich verschieben würde? Damit meine ich, wir stünden jetzt nicht am Anfang einer Wärmeperiode, sondern der Beginn der Aufzeichnungen wäre im Peak der Wärmeperiode. Und wir verzeichnen fallende Temperaturen. Das bedeutet, dass der Peak der Hitzewelle für uns quasi der Normalzustand ist, weil wir den protokolliert haben. Man müsste sich wirklich ernste Sorgen um ausfallende Ernten machen, wenn man in eine Kälteperiode steuert. Ich meine, dass das auch der Fall sein wird in etwa 400 Jahren. Das könnte ein interessantes Gedankenspiel sein, wenn man die Realität an einen anderen Ausgangspunkt anpasst, den man als Normalzustand darstellt. Ja, und ich denke, es gibt das Problem, dass es oft nicht so ganz ernst genommen wird. Also wir brauchen zum Beispiel Hitzeschutzpläne in Kliniken, dass Menschen wissen, wie sie sich verhalten müssen in einer Hitzewelle. Sag doch einfach Sommer. Nach euch Experten beginnt eine Hitzewelle bereits da, wo es an drei aufeinanderfolgenden Tagen mal 28 Grad sind. Ich wäre enttäuscht vom Sommer, wenn es das nicht wäre. Nach dieser Definition von Hitzewelle hatten wir jedes Jahr eine. Deshalb schreibt das ZDF auch darüber, wie sich Hitzewellen häufen, weil ihr Normalzustände für den Sommer als Extremzustände deklariert. Das ist absurd und ideologisch motiviert. Und dafür gehen wir zurück in den Februar 2021. Zu dem Zeitpunkt hatten wir jetzt gut ein Jahr Corona. Und Lauterbach fasselt da schon etwas von Klami-Lockdowns. Ein Interview, das sie der Welt gegeben hat, haben im Dezember. Das hat Irritationen. Ein Interview, das sie der Welt gegeben hat, haben im Dezember. Das hat Irritationen ausgelöst, weil sie nämlich zur künftigen Klimapolitik und Klimakrise gesagt haben, zur Bewältigung des Klimawandels seien Maßnahmen nötig, und dann jetzt wörtlich, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung seien. Wie haben Sie das denn gemeint? Also ich kann ja jetzt beispielsweise weniger reisen, weil also die Reisebegrenzungen notwendig sind, damit wir nicht das Virus von einer Region, wo hohe Prävalenz ist, in einer anderen Region übertragen. Ich muss auf viele Dinge verzichten, die ich gerne machen würde, weil es schädlich wäre für die öffentliche Gesundheit. Somit schränke ich meine Freiheiten ein Stück weit ein, um die Pandemie zu bekämpfen. Wenn ich jetzt die Klimakrise nach vorne denke, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Die eine Möglichkeit ist, das so zu sehen, wir können alles machen, was wir wollen. Das wird demnächst, alles, was wir wollen, wird möglich sein durch eine Technologie, die das klimaneutral macht. Ich sage mal, grüne Ökonomie, also die magischerweise jede Freiheit zulässt. Ich kann so viel reisen, wie ich will, so viel konsumieren, wie ich will. Die Technik macht es möglich, das ist alles dann klimaneutral. Ich halte das einfach als Naturwissenschaftler für unmöglich oder sehr unwahrscheinlich, dass das gelingt. Das ist Augenwischerei. Ich glaube, dass wir bestimmte Beschränkungen akzeptieren müssen, wollen wir den Klimawandel beherrschen. Dazu wird zum Beispiel gehören, dass wir nicht so viel reisen, wie jeder reisen könnte. Dazu wird gehören, dass wir den einen oder anderen Konsum auch freiwillig einschränken. Diese Einschränkungen der Freiheit sind freiwillige Einschränkungen der Freiheit und nicht unbedingt Einschränkungen der Freiheit, die jetzt quasi per Gesetz kommen. Es können auch Einschränkungen der Freiheit sein, die indirekt kommen, indem zum Beispiel die Preise für bestimmte Dinge, die klimaschädlich sind, höher werden. Und somit ist also aus meiner Sicht schon eine Analogie zu sehen zwischen der Bewältigung einer solchen Pandemie und des Klimawandels. Ein Naturwissenschaftler, der darüber spricht, das Klami zu beherrschen. Er will zyklische Veränderungen regulieren. Ich glaube, es geht eher darum, dass man den Leuten verklickern möchte, dass man es könnte durch bestimmte Maßnahmen. Und dazu gehört eben auch die Reduktion der Wirtschaft, um den Energieverbrauch zu drosseln. Und was soll das hier wieder mit den freiwilligen Einschränkungen, die darin bestehen, die Preise dermaßen hochzudrehen, damit die Leute es sich nicht mehr leisten können? Das machen sie ja freiwillig. Sie könnten sich ja jederzeit ein Haus oder ein Auto kaufen. Wie kamen wir jetzt da drauf? Naja, dann setzt man die Grenzen für Extremwerte dermaßen niedrig an, so dass jederzeit nach den Maßstäben von einer Krise gesprochen werden kann, so dass die Leute es irgendwann für sich adaptieren. Wenn man es nur oft genug erwähnt und diese Maßstäbe, wie sie Lauterbach gerade angesprochen hat, umgesetzt werden können, ohne großen Widerstand. Wer will schon gegen die Bekämpfung einer Krise sein? Zeigt euch doch solidarisch. Ja, das kennen wir doch irgendwoher. Der Klimawandel bringt noch ganz andere Gesundheitsrisiken mit sich. Und zwar auf ganz verschlungenen Wegen. Szenen wie aus einem Horrorfilm. Dabei geht es lediglich um ein unscheinbares Kraut. Die Ambrosia. Pah, eine Pflanze, auf die viele allergisch reagieren, bevorzugt warme Umgebungen. Ja, da muss ja der Klami-Wandel schuld sein. Ursprünglich stammt die Pflanze aus dem warmen Süden der USA. Von dort kamen ihre Samen wohl mit verunreinigtem Getreide um 1860 nach Europa. Seitdem hat man sie an immer mehr Orten gefunden. Ah, okay. Also ist der internationale Handel schuld, dass wir die Pflanze in Europa haben. Nächstes Katastrophenbeispiel. Wie? Hyaloma. Eine Riesenzecke. Auch Tropenmediziner sind auf der Hut. Sie kennen Hyaloma vor allem als Überträgerin des mitunter tödlichen Grimm-Kongo-Fiebers, doch zunächst Entwarnung. Keine der Zecken in Deutschland trug das Virus in sich. Ja, kein Plan. Holt euch nicht halb Afrika hierher, wenn man das mal so scherzer formulieren darf. Wahrscheinlich, wenn man das mal so scherzer formulieren darf. In den letzten Jahren hat aber ein Konzept auch immer mehr Furore gemacht. Da spricht man von den sozialen Kipppunkten. Und da gibt es ja ganz überraschende Ergebnisse, wenn man mal so untersucht, wann eine Gesellschaft beginnt, tatsächlich sozusagen ins Handeln zu kommen und das Richtige zu tun. Kann uns das bei den Transformationsprozessen, in denen wir stecken, helfen? Wunderschön geframed. Das Richtige zu tun. Und jeder, der das nicht macht und anders agiert, agiert dann falsch oder was? Möglicherweise. Auf jeden Fall kann es mutmachend sein, weil wir aus der Forschung zu sozialen Bewegungen der Vergangenheit wissen, dass zum Beispiel 20 bis 25 Prozent der Menschen nur überzeugt sein müssen und 3 bis 3,5 Prozent der Menschen aktiv sein müssen, damit sich gesellschaftliche Veränderungen schnell vorantreiben lassen. Und das ist ja eine ganz gute Botschaft. Wir brauchen gar nicht alle damit erreichen. Es reicht, wenn die, die das Problem verstanden haben, wirklich aktiv werden und sich einbringen. Und da wäre es natürlich sinnvoll, damit wir mehr in die Offensive kommen und nicht immer nur im Reagieren hängen bleiben, wenn wir gezielt das angehen, wo wir wissen, dass es großes Veränderungspotenzial hat. Und das ist zum Beispiel Emissionen zu kennzeichnen, dass wir deutlich machen, wo kommen die her. Aus China zu 30,3 Prozent, Tendenz enorm steigend, aus den USA mit 13,4 Prozent, aus Indien mit 6,8 Prozent, Tendenz enorm steigend, aus Russland mit 4,7 Prozent, Tendenz eher sinkend, aus Japan mit 3 Prozent und zu 1,8 Prozent aus Deutschland, Tendenz sehr stark sinkend und aus dem Iran zu 1,8 Prozent, Tendenz stark steigend. Das waren die ersten sieben Plätze. Also was ist das hier? Wir können sehr konkret sagen, wo die Emissionen anteilig herkommen. Und jeder, der glaubt, dass Deutschland auch nur ansatzweise einen signifikanten Impact auf diese Statistik hat, Junge, was ist mit dem eigentlich falsch gelaufen? Auch gut ist das Argument, dass man doch vorbildlich vorausgehen solle. Okay, VW geht nach China, BASF geht nach China, mal sehen, wann Daimler, Bayer, BMW, Fresenius und Co. Deutschland als Produktionsstandort verlassen und wir sitzen dann hier auf einem riesigen Haufen Arbeitslosen, die natürlich alle Sozialgeld haben wollen. Nur blöd, dass die dicksten Steuerzahler, die Riesenunternehmen dann weg sind. Das ist doch das, wohin wir steuern. Und dass wir klimaschädliche Subventionen abziehen, so schnell wie möglich. Und das Dritte, und das ist was Psychologisches, ist, dass wir gesellschaftlich diesen Wertewandel mitgestalten. Dass es nicht mehr nur um höher, schneller, weiter individuelle Profitmaximierung geht, sondern vielleicht auch mehr um sowas wie Gesundheit, Leben, Zeit, Freundschaft. Exakt das, was ich sage. Frau Dom, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und manchmal kann es ganz schnell gehen. Da kann ein sozialer Kipppunkt dafür sorgen, dass man richtig was ändert in dem Land. Schauen wir mal nach Norwegen. Nach Norwegen? Aha. Nach Norwegen? Aha. Ey, was ist das hier? Da sparen wir uns mal. Und der gesamte Beitrag ist auch unterlegt von TakeOnMe von Aha. Das ganze Ding ist Copyright geschützt. Das gibt nur Stress. Wir lauschen jetzt mal Harald Leschs Abschlussplädoyer. Übrigens, jetzt sollte wirklich allen klar sein, der Klimawandel ist da. Und er ist gefährlich. Für uns alle. Dass sich das Klami wandelt, das hat doch noch nie jemand verneint. Wie absurd wäre es, einen Wandel des Klamis zu verneinen? Es ist ein zyklisches Phänomen. Das hat die Wissenschaft herausgefunden, Harald. Und besonders gefährlich ist es für ungesund lebende Menschen, für stark übergewichtige Menschen, Menschen, dessen Körper Temperaturregulierungen nicht aushält. Der Klimawandel mit seiner Hitze kann uns alle direkt umbringen. Das hätten wir nicht erwartet. Junge, wie hysterisch kann man es vermitteln? Es bringt uns um, es bringt uns um. Alter, komm mal wieder runter. Klimawandel, das hieß doch bis jetzt vor allen Dingen Gletscherschmelzen in Grönland, an der Arktis oder in der Antarktis. Auftauende Permafrostböden in Sibirien und Alaska, der steigende Meeresspiegel in Australien und in Asien. Sag mal, was ist eigentlich aus dem Ozonenloch geworden? Das war doch Anfang der 2000er der übelste Renner. Jegliche Basis für diese Art von Argumentation beruhte dann auf dem Ozonenloch. Ist das noch relevant? Auch wenn es sich irgendwie mal über der Antarktis öffnet und dann wieder schließt? Aber dass wir direkt körperlich vom Klimawandel bedroht sein könnten, das wird erst jetzt richtig deutlich. Die Klimakrise ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit weltweit. Wir haben in der Statistik gesehen, dass sich euer Herzinfarkt-Bogieman nicht einmal bestätigt hat. Das Einzige, was sich rapide geändert hat, war die Anzahl von Starkübergewichtigen beziehungsweise Fettleibigen von 15% auf 27%. Wir haben Krankheiten und Pollen kennenlernen dürfen, die über den Handel von Getreide nach Deutschland kamen. Oder von Zugvögeln aus Afrika importiert wurden. Und die steigenden Temperaturen der Wärmeperiode sind dafür förderlich. Ich rekapituliere gleich im Fazit. So die Forschungskommission Lancet Countdown. Sie vereinigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Zweck, die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit zu beobachten. Countdown, das klingt so nach, die Uhr läuft ab. Und in der Tat, die Uhr läuft auch ab. Jeder Tag, den wir vergehen lassen, ohne was gegen den Klimawandel zu tun, ist eine vergebene Chance. Die Wissenschaft ist sich da völlig einig. Es gibt überhaupt keine Zeit mehr für Zweifel. Wer das Klima schützt, schützt nicht nur sich selbst, sondern alle. Wir müssen an die Gefährdeten denken, wenn es mal wieder 30 Grad und heißer wird für viele Tage. Die ersten Schritte sind gemacht, wenn wir an die Mitmenschen denken und auf sie achten und Witzpläne umsetzen. Und, wenn wir nicht vergessen, die größte Gesundheitschance ist der Klimaschutz. Und wann wir damit anfangen? Natürlich jetzt. Wow, was für ein episches Statement am Ende. Meine Prognose vom Anfang stimmte also. Ich möchte am Ende noch einmal auf zwei Schlagwörter aus einem Abschluss-Sermon eingehen. Die Wissenschaftler, die hier mal wieder erwähnt werden, wie stehen die denn zu dem Fakt, dass es zyklische Wärme- und Kälteperioden gibt und immer geben wird? Ist das alles Humbug? Wir werden es nicht erfahren. In diesem Video geht es nämlich ausschließlich um die zukünftige Entwicklung, ohne mal einen Blick zurückzuwerfen. Stattdessen, und da kommen wir zum zweiten Schlagwort, der Countdown. Die Zeit läuft ab. Die reinste Panikmache. Wir haben hier keinerlei anekdotische Evidenz zwischen Klami-Veränderungen und gesundheitlichen Problemen sehen können, die nicht auf andere Faktoren wie eben die Fettleibigkeit zurückzuführen sind. Und es ist symptomatisch, dass er diesen Bericht mit den Worten Krise abschließt. Denn ich kriege hier langsam die Krise, wenn ich mir weiter diese Panikmache ansehen muss. Wir sind durch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wurde viel erzählt, aber wenig Sinnvolles gesagt. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und ich würde sagen, dass wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut!